In jedem Haus, in jeder Stadt, in jeder Ecke, in jedem Zimmer, sind sie bei uns zu Gast. Sie borgen sich aus, was wir besitzen, und beobachten alles, was wir tun. Im Dezember ist es Zeit, eine Welt zu entdecken, von der wir bisher nichts wussten. Ein Fall für die Borger. Danke fürs Zuschauen, verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung, wie fandet ihr das Video, lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht das Glöckchen zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.